Frohes neues Jahr! Hallihallo und moin moin, da sind wir, Company of Heroes. Na, seid ihr gut reingekommen? Ich hoffe doch. Ja, 2016, ne? Habt ihr euch was Schönes vorgenommen? So einen, wie sagt man so schön, Vorsatz, guten Vorsatz fürs Jahr? Hm, naja, ich nicht so wirklich, außer einen einzigen Satz. Fuck you all. Nein, natürlich nicht auf euch bezogen. Ne, ich hab einfach nur mehr in einigen Bereichen gedacht. So, man, man muss sich doch nicht immer alles gefallen lassen, letzten Endes. Und in manchen Bereichen sag ich mir jetzt einfach, scheiß drauf. Leckt mich einfach am Arsch und ihr macht das schon. Hab ich nichts mit zu tun. Ganz einfach. Gut, ähm, egal. Zurück zum Spiel. Folge 113. British Forces. Wisst ihr ja. Nichts Neues. Okay. Okay. Das ist gut zu wissen, aber da können wir nicht viel gegen tun. Okay. Was sollen wir dagegen tun? Das ist die Frage. Äh, ja. 4v4, USA. Zusammen mit zwei Sawwärts, ein USA-Spieler. RCX und Axo Queen. Oder Gwen. Ah, Second Queen. Oh Gott. Kübel Power. Finde ich unangenehm. Dann versuchen wir mal so schnell wie möglich über die Gebäude zu arbeiten. Ja, oder auch nicht. Er geht selber rein. Ne. Geht er rein? Geht er nicht rein? Bin mir grad nicht sicher. Er geht rein. Äh, ja. Dann haben wir noch DJ Poco Call You. Als USA-Spieler. Ah, 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 ah. Das wird so nix. Das wird so definitiv nix. Wir müssen auch so schnell wie möglich durchzusehen, dass wir ein Lieutenant auf den Weg bekommen. Sonst haben wir da ein Problem. Geht sich, boah, Sturm. Also linke Flanke können wir so knicken. Egal. So. Nochmal zurück zum Spiel. Ich bewege gerade schon so intensiv hier ganz am Anfang. Dann haben wir auf jeden Fall zweimal OKW. Einmal ILCN. Vorsicht. Und wir haben noch Phaset. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Das war gut. Dann haben wir CE, Shining Armor und Jutan als Wehrmacht. Mann, meine Güte. Was für ein intensiver Anfang hier. Selten so einen intensiven Anfang gehabt. Ballert. Ballert, wo geht. Ballert, wo geht. Nein, nehmt das ein, wenn ihr könnt. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo? Wieso können wir da nicht... Können wir da nicht hin? Jetzt. Ui, ui, ui. Mann, Mann, Mann. Echt selten so einen Anfang gehabt. Krasse Scheiße. Meine Güte, meine Güte. So. Erstmal zur Ruhe kommen hier. Erstmal zur Ruhe kommen. So, wo sind denn unsere... Da sind unsere Etappentrupps. Sie können nämlich mal sich hier sammeln, damit sie gleich Dings bauen können. Gleich, wohlbemerkt. Nicht jetzt, direkt, sofort. Ähm, ähm, Treibstoff. Das war das. Was ich wollte. So, Jungs, jetzt macht hinne. Wir brauchen euch hier dringend. Schnell, schnell, schnell. Meinetwegen auch da hin. Schießt auf die. Hier auf die. Komm schon. Weiter ballern. Genau. Sehr gut. Stopp. Oh, Stumpios von hinten. Nein. 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 Lasst uns in Ruhe. Ah, bleibt da in Deckung. Danke. Okay. Toi, toi, toi. Wir können den Treibstoffpunkt zumindest einigermaßen halten. Äh, Treibstoffpunkt bauen. Nicht vergessen. Ich würde hier eigentlich gerne einen Krankenwagen hinhaben. So, Jungs. Wir müssen da mal ein bisschen nachdrücken. Ja. Da ist das fahrende Klo sogar richtig nützlich gewesen. Selten, selten, aber kommt halt auch mal vor. So, Krankenwagen. Braucht noch einen kleinen Tick. MG. Braucht auch noch einen Tick. Äh, lieber MG als Krankenwagen. Ich weiß nicht. Nee, eigentlich eher Krankenwagen. Ach, guck mal an. Da haben wir sie doch direkt gefunden. Da haben wir sie direkt gefunden. Komm mal rüber. Ja, nimmt die Deckung natürlich. Nee, das wird so nix. Gehen wir nach hinten. Das hat keinen Sinn. Das hat so keinen Sinn. Und wir können auch gerade keinen Bunker bauen. Das ist natürlich auch blöd. Egal. Jetzt können wir es. Hopp, hopp, hopp. Ihr müsst ran. Ihr müsst euch mal irgendwie hier schnell mal eine Stellung machen. Öh, die wollen aufgeben? Das wäre es jetzt aber echt gewesen. Das wäre es jetzt aber wirklich gewesen. So, hopp, hopp, hopp. Ah, wo bleibt denn der Krankenwagen? Hinten ist er erst. Hier muss auch gleich noch schnell in den Bunker hin. Äh, da so. Da so. Bleibt der Krankenwagen. So, bleibt der Krankenwagen. Da ist er. Da ist er. Zack, 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 zack. So. Nachrüsten. Ihr müsst ein Stück nach hinten. Nachrüsten. Ihr müsst Heilung holen. So. Puh. Okay, das haben wir auch geschafft. Das heißt, die Flanke haben wir soweit. Ja. Soweit einigermaßen safe. Schneller, schneller, schneller. Geht jetzt da ran. Geht da ran. Geht da ran. So, gebt dem mal Sperrfeuer. Ja, dass ihr da jetzt rausgeht, finde ich nicht so toll. Dann lasst das auch mal. Okay. Sind aber auch aggressiv hier unsere Jungs. Dann werden wir das auch mal machen. Kommt schon. Schön draufhalten, genau. Haben wir nämlich hier auch eine ganz gute Armee. Guck mal. Fokus vorher auf die da. Bam, 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 bam. Scheiß drauf. Na? Eine Granate werfen, oder was hat er ja vor? Glaub schon. Glaube schon. Da wollen wir noch gar nicht hin. Das bringt uns nicht viel. Kriegen wir da Erfahrung? Wenn wir da so raufhalten? Ich glaub nicht, ne? Nicht wirklich. Wieso bringt das nicht viel? Also eher hier rum. Ne, da so rum. Da so rum. Hier kommt man auch noch hier hin. Was ist jetzt los? Leck. Okay. Ja. Wenn das so ist. Alter. Was für ein Start. Und jetzt so, ne? Gemütlich in Anführungsstrichen. Komm, 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 komm. Und ach. Schön von hinten rein. Schön von hinten. Und weg. So. Komm, wir mal eben schnell hin. Komm schon, komm schon. Komm schon. Einfach mal raufhalten auf das MG. Genau. Zack. Weg ist das MG. Randa. Einfach erstürmen. Bam, 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 bam. Keine Chance. Wir brauchen hier nicht mal was nehmen. Komm, wir nehmen jetzt einfach den Schützengruppen. Scheiß drauf. Ich stehe gerade nichts zu tun hier. Was für ein Schaden hier, ey. Aber ist natürlich geil, dass wir jetzt hier auch nachrüsten können. Komm, 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 komm. Da hinten geht jetzt wieder was. Da müssen wir nochmal hin. Unseren Krankenwagen safen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, da hinten ist auch noch ein Kübelwagen. Weil der eigentlich ziemlich egal ist. Oh, der ist auch schon fertig. Goll. Fehlt ja auch nicht mehr viel hier, ne? Okay, lasst mal den Kübelwagen abfangen. Das wäre vielleicht ganz nett. Komm schon. Komm schon. Hier, schnappt ihn euch. Zwei gehen da rum. Zwei gehen da rum. Sollten wir den ja wohl ohne Probleme kriegen. Peng, peng, peng. Na, der Herr. Ja, schmeckt dir das nicht? Moment. Ha, wir haben ihn freigeschossen. Natürlich witzig. Gucken wir mal, dass wir den safen. Das wäre doch gelacht. Jetzt haben wir einen Kübelwagen. Rum, rum, rum. Da haben wir keine Tappentrupps mehr. Möp. Egal. Ich würde jetzt eh ein Dings haben. Easy Aid. Also von daher ist mir das eigentlich gerade relativ egal. Was wir immer machen. Äh, wobei, da brauchen wir auch Treibstoff für. Ja, komm, wir bauen das nochmal in Etappentrupp. Bauen wir nochmal Treibstoff. Möp. So. Könnt ihr mal reparieren. Na, einer ist raus. Non, 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 non. Non, 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 non. Warte, dann jetzt non, non, non oder non, non, non? Verstehe ich nicht. Naja. Halt. Na, egal. Scheiß drauf. Die machen das schon. So, zackig, zackig, zackig. Easy Aid ist auch gleich soweit. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Ja, ja. Sollen sie mal machen. Wir haben uns mal eben ein bisschen zurückgezogen. Wird eigentlich auch ganz gerne einfach mal da sein Ding da angreifen. So ein Ding. Sollen wir aber vielleicht nochmal die Granaten vorher holen, hm? Ja. Das schaffen wir schon bis dahin. Uuuu. Du, 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 du. Die sind immer noch nicht so weit. Ich hoffe, da kommt schon wieder welche. Hm. Ja, ja, ja. Was willst du denn hier machen, hm? Was hast du denn hier vor? Pointer-Sonne. Geht mal ein Stück ran. Ein kleines Stückchen Run. Bam, 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 bam. Äh. Wir machen die mir gerade noch zu wenig Schaden. Muss ich mal so sagen. Ah, ja. Schon so ein bisschen. Schon so ein bisschen. Naja, der Schaden wird schon noch kommen. Der Schaden wird schon noch kommen. Badabum, badabum. Na, lass du das mal. Lässt du das mal. Na, na, easy aid. Au. Ah, weg da. Undi-dum-di-dum. Wer hat denn der? Hinten ist er. Holy Span Batman. Ah, ja. Oh, ja. Wie er meint. So. Do-di-do-di-do. Do-di-do-di-do. Immer schön rauf mit denen. Do-di-do-di-do-di-do. Do-di-do-di-do-di-do. Tja, Jungs, ne. Da müsst ihr jetzt erst mal was gegen merken. So, einfach widdert nicht hier. Geh mal ein bisschen Sicht. Komm schon. Bleibt das Ding. Hallo? Jetzt. Da hinten. Da hinten, Sansa. So. Aufhalten, PD. Immer schön auf die rauf. Immer auf die Raketenträger. Genau. Dann mal die da. Na, wobei. Richtig hier vielleicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man da gerade ganz so extrem Aua macht. Ach, was ist diese blöde... Blöde Flack. War nicht richtig gecheckt. Äh, was ist du denn vor Kübelwagen? Oh man. Wie ich die aufreißen, was ich hier tue, sollte ich das doch mal machen. Hm, hm, hm. Hm. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm. Hm, nö. Das will ich gar nicht. Ah, da kommt noch ein Kübelhügel. Da kommt noch ein Kübelhügel an. Oh, ist doch aber mal schön. Noch ist nicht vorbei. Wir müssen uns noch ein Easy-Aid holen. Ist doch schick. Das ist doch schick. Hm, hm, hm. Dumm, 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 dumm. Wir müssen ja nicht direkt hier vorne kämpfen. Da kommt auch schon. Ah, Frosfor, nö. Will ich jetzt doch gar nicht. Will ich gerade gar nicht. Ach, mal hier. Können wir die Sturm-Pios einfach so abknallen. Na, hier haben wir mal Frosfor rauf. Weg. Einmal da oben rum. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Schön mit Frosfor rauf. Puff, die puff, die puff. Na? Äh, ja, nee, ist klar. Ist klar. Wenn sie da einen Bunker bauen. Ist schon richtig. Ah, schade. Haben wir so jetzt nicht ganz abbrechen können. Joa, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass wir den hier bauen, damit wir Artillerie bauen können. Dumm, die dumm, die dumm. Tschüss. Verzieht sich einfach wieder. Jetzt wird da gepinkt. Okay, ganz viel Artie. Ah, wir haben hier auch immer wieder was. Also, so ist nicht. Dass wir hier nichts zu tun hätten. Guck mal da. Da sind es schon wieder welche. Ich muss nochmal Frosfor. Ah, ich möchte mal bitte, dass ihr den mal einmal euch schnappt. Das wäre dann doch mal ganz vorzüglich. Äh, 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 zieht euch mal wieder zurück. Das Ding ja leider nicht kaputt bekommen. Leider nicht. Hm, 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 hm. Ja, ihr könnt euch mal alle selber reparieren. Das wäre gerade mal ganz nett. So. Guck mal. Repariert ihr das auch mal, oder? Haben sie gerade keine Lust zu reparieren? Hm, hm, hm. Hm, hm. So. Ey. Jetzt haben sie das Ding auch schon fast kaputt gemacht. So geil hat er aber nicht hier. So geil hat er aber nicht hier. Ah, okay. Das lassen wir mal. Das lassen wir mal eben. Hm, 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 hm. Warte mal überlegen, was ich jetzt eigentlich bauen möchte. Da kann er mal aufhören hier, ne? Um die Kunker wegzuschießen. Der Drecksack. Wir rennen aber auch immer wieder gerade wie blöd rauf. Macht der auch keinen Sinn? Nö. Scheiß drauf. Ziehen wir uns einfach zurück. Warten wir einfach mal einen kleinen Moment ab. So. Jetzt kommen sie nämlich von selber. Ich komme sie nämlich ran. Ähm, ja. Da nimmt der Schaden genau her. Könnte ich jetzt glaube ich ausmachen. Hm, 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 hm. Da sind auch blöde Truppen. Egal. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. War das irgendwie in einem Pack oder so? Ja. das Ding. Phosphor einmal, bitte. Einmal Phosphor, bitte. So. Puff, puff, puff. Zieh dich mal schön zurück, du Arsch. Geh mal schön weg. Besser für dich. So, jetzt kannst du mal eben versuchen, das Ding nach. Ja, das wird so nix. Das wird so nix. Oh, oh. Das ist jetzt gerade ungünstig. Da oben ist auch noch was. Da müssen wir mal eben drauf achten. Genau. Schön Fokusfeuer dann. Wenigstens, jo, irgendwie. Aber die tun auch ein bisschen weh. Au, au, au. Ja, wir sollten weg hier. Wir sollten einen Stück weg hier. Wir haben uns ja auch die Bunker weggehauen. Und da können wir gerade noch mal Phosphor-Unterstützung geben. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. So, Jungs. Uiuiuiuiuiui. Jetzt müssen wir mal gucken. Mh, wir haben auch noch keine Dings gebaut. Keine Granaten. Das sollten wir jetzt mal echt tun. Oh, 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 oh. Irgendwie sind wir auch schon kurz davor, das komplett abzuschließen. Aber ist ja schön, dass wir jetzt gerade mal ein bisschen was entgegenhalten. So. Bunker können wir jetzt aktuell nicht bauen. Einfach mal raufhalten da. Sehr schön. So. Den haut ihr jetzt mal weg. Den haut ihr jetzt mal weg. Pam. Pam. Sehr gut. Da raufhalten. Komm schon. Sehr gut. So, Jungs. Darauf. Jetzt sind wir auf Gegenangriff-Kurs. Baller, baller, baller. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt müssen wir die Brunker hier wegkriegen. Oh Gott. Das könnte jetzt eventuell ins Auge gehen. Ja. Ein bisschen. So ein bisschen. Ne, ne, ne. Jetzt ziehen wir uns zurück. Das wird nix. Fuck. Ja, das habe ich schon geahnt. Hey, Jungs, haut ab. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir sollten hier nicht länger bleiben, als nötig ist. So. Komm schon. Kannst du da nochmal mit dran halten. Was kommt denn da angeschissen? Passt schon. Passt schon. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Einfach mal da rüberfahren. Gucken, was man noch kaputt machen kann. Die gehen jetzt mal schön hinten rum. Puh, 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 puh. Noch mal schneller da mit der Reparatur, bitte. Und du nimmst Feuer noch mal ein. So. Ja, da drüben darfst du mal. Halt. Wo wollt ihr hin? Seid ihr denn des Wahnsinns? Mein Fahrzeug braucht noch ein bisschen. Genau. Das möchte ich nämlich jetzt das mal weghauen da. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Äh, halt. Sollte ich das schon einnehmen? So war das jetzt nicht gemeint. So. Komm schon. Haut weg das Teil. Gut. Kriegen die denn jetzt Schaden her? Was soll denn das? Au. Hört auf damit. Aua, aua, aua. Komm schon. Ein Schuss küsst du noch. Oder du. Mir egal. Und weg da. Reicht. Müssen wir nicht. Ui, 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 ui. So, Jungs. Ihr könnt jetzt weiter. So, und da ist auch schon rum. Hm. Krasses Spiel irgendwie. So, der Anfang super aggressiv. Und dann auf einmal so. Hm, no, hm, ne. Aber war irgendwie trotzdem geiles Spiel. Muss ich sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Punkte sagen. Hm, no. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mensch. Das dauert aber hier. Ach. Und schon wieder das, was ich meinte. Ein Frame nur dabei. Naja. 22 Minuten. Größte Verluste. Etappentrops. Ja, mein Gott. Gucken wir mal. Was haben wir da in Schaden gemacht? 11.000. 16.000. 15.000. 7.500. Oh, okay. Wie hat er das denn geschafft, so wenig Schaden zu machen? Hm. Und der ist bei 9 Minuten raus. Ja. War das der Typ, der seine Basis da bei uns hatte? Das kann sein. Aber schon krass. Fiff, fiff, fiff. Was für ein Anfang. Unglaublich. Ein Panzer, ein Kübelwagen verloren. Ein Etappentrop. Trupp. Nicht Tup, ja. Und natürlich eine Besatzung, wie immer. Tje. Oh Mann. Tja, und damit sind dann, glaube ich, schon die 10 Siege oder 11 Siege hintereinander voll. Hm. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, um zu verlieren. Also ich meine, ich spiele ja schon teilweise echt nicht gerade gut. Aber so, ne? Tja. Erstes Spiel im neuen Jahr, ne? Ich hoffe, ihr habt soweit auch Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann.